Also Stress hat die da draußen nicht. Die haben ja so ein Buch, wo man sich eintragen muss. Heute ist Mittwoch, der 19. April. Und der letzte Kunde war hier am 13. April. Also sechs Tage. Ich glaube, wenn ich weg bin, dann reicht es hier auch wieder für die nächste Woche.